Also, she's still alive, was poppin' guys. Ich wollte euch kurz einen kleinen Update geben zu meiner Haut. Und die Produkte, die ich habe benutzt, die Pin-Up-Secret-Produkte, seit drei Monaten jetzt. Wow, das ist lange. Die haben ja meine Haut richtig gut verbessert. Und ich wollte euch heute das ein bisschen anders machen und euch ein paar Tipps und Tricks zeigen, wie man einfach die Produkte zusammen benutzen kann. Also, let's do this. Also, hier haben wir die Produkte. Und mein erster Tipp für euch ist, dass diese ölfreie Morshäuser kann man auch als Serum benutzen, bevor man die reichhaltige Creme drauf macht. Und die Creme kann man auch als Kälteschutz benutzen, weil die ist richtig gut und auch gegen trockene Haut. Die Serum hat auch einen ÖWB- und ÖWA-Filter, also das funktioniert auch als Sonnenschutz. Das waren ein paar Tipps für euch. Und ich habe noch dazu zwei, zwei dazu. Nie Hals und Dekolleté vergessen. Das ist super wichtig, weil da, that's where you start getting old, honey. Und firstly. Also, vorbeugen, super wichtig. Und nie nachwaschen, nie dein Gesicht trocken reiben. Das ist so schlimm. You really just ruin your skin cells and get old. You don't want to do that. Und ich habe auch einen Code für euch, wie immer, bei Pinup Secret mit dem Code ENISA30. Bekommt ihr dann 30% Rabatt auf die Produkte. Also, ihr könnt gerne hier hoch swipen. Ja, dann kommt ihr zu der Website. Also, don't forget the code. So, we just went and got some gym equipment. Can you even see it? It's, yeah. We got some mats and stuff, like yoga mats and some weights. So, I'm excited to start with you at home. Egal, egal was ist, ne? Pass auf. Entweder bin ich Neymar oder ich bin Rismassohn. Also, Jaden oder Neymar? Vor 5 Minuten sagt einer, Jaden Smith bin ich. Jetzt sagt er, du bist Neymar. Aber er kam zu mir und hat so, excuse me, can I talk to private question. Oh my God. Aber nicht, weil die ist so. Das hat er nicht gemacht. Er dachte, er meint so, als du reinkommen bist, ich besetze, als du reinkommen bist. Ich dachte so, oh, Neymar. Und die andere hat gerade gesagt, wenn du reinkommen bist, wenn du reinkommen bist, habe ich gedacht, du willst mitzun und willst mitkommen gleich. Ich bin immer nur halbschwarz, mit blonden Haaren. Das ist mir alle in Ruhe, Alter. Also, no joke. No joke, no joke. Ja, Cisco auch. Aber das ist mir. Nur einfach nur ein Hampelmann, mir auch nicht. Babe, du bist keine Hampelmann. Du bist wunderschön. Ja, aber anyways, what was, I wanted to say something else. I forgot what I wanted to say. It was something. Oh my God, we were having coffee too, like the other day. And this guy literally puts out a picture, hat so auf sein Handy Neymars Bild ausgefunden. Und gesagt, bist das du, oder bist das du? And then it's like, no. dann awkward sentence for the rest of the dinner ok Leute, warten auf meine Reaktion ich weiß oder nicht Hafermilch, Spanisch Latte Spanisch, Spanisch Latte ja? haben die? ja bei links guck sie an oh mein Gott, Alter ich versteh das nicht ey, diese Frau, sie steht und sie labert auf sein Handy sie schreit so viel man könnte sie über die ganze Parkhaus bis in diese Kaffee hören und dann wollen wir jetzt ja dann losfahren und sie steht einfach im Weg aber sie guckt nur so richtig arrogant so und fortsetzt auf sein Handy Digga, wenn ich werde das Auto fahren ich werde über seinen falschen Arsch überfahren das ist mir furniture shopping mein bag weighs zu viel von meiner Arsch so ich habe eine Lösung du sagst, du sagst, du sagst, du sagst, du sagst, du sagst ich habe keine Ss zu sagst hekh ich haf